Im April 74 im Rolf-Liebermann-Studio also das Keith Jarrett Quartet mit Palle Danielsson am Bass, Jon Christensen Schlagzeug, Jan Gabarek spielt das Saxophon und am Klavier sitzt Keith Jarrett. Los geht's mit Spiral Dance. Viel Vergnügen. Spiral Dance 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.